Hey Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Ich würde mich natürlich wieder darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und wenn ihr kein Vorschau-Video verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Vanessa freut sich sehr, als sich ein Sportmagazin bei ihr meldet, um eine Fotoreportage über die neue oberbayerische Fechtmeisterin zu machen. Robert wünscht ihr viel Erfolg! Christoph sich nicht helfen lassen will. Tim berichtet Amelie, dass er für sie ein Zimmer in Franzis WG organisiert hat. Wird Vanessa sich darauf eingehen? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich! Vielen Dank.